da ich noch maximal eingegeben dabei rauskommt ich habe ein sehr schönes Render-Studio Render-Programm, also das Camtasia-Studio man kann ja Render-Studio und Render-Programm sagen habe ich ja bis jetzt mitbekommen also man kann sich dort wirklich unterschiedlich ausdrücken so, jetzt kommen wir aber mal zum Spiel das einzigste was mich hier stört dass es diese dämlichen Verbindungsprobleme ständig gibt also beispielsweise ich habe jetzt ein Rennen gemacht